M.S.V.S.A.R. Hi! Was geht's? Gut, bei dir? Wir gehen mit dir. Wir werden gleich von unserem Zeugwart Timmy mit jeweils 10 Aussagen konfrontiert. Timmy, hast du zufällig ein Beispiel für uns gerade? Ja, klar. In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckereien. Nein. Nein. Gut, gut. Okay. Jetzt sind wir auch gern starten. Okay. Das Wappentier des MSV ist ein Zebra. Nein. Sven Boykert ist in dieser Woche 120 Jahre alt geworden. Ja. Mogels Doppelkamp ist seit fünf Jahren Kapitän des MSV. Nein. Der MSV ist ein Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga. Nein. Ein schwarzes Loch ist das Gegenteil eines weißen Lottes. Nein. Wolf Felschern ist ein miserabler Fisch-Tennis-Spieler. Nein. In der Düst-Probation gibt's ausschließlich Zebras zu sehen. Ja. Netflix bleibt eine zweite Staffel der MSV-Doku. Mein Herr, schlieb nochmal hier. Nein. Nein. Oh, oh. Wasser gefriert bei plus 4 Grad Celsius. Äh, nochmal. Wasser gefriert bei plus 4 Grad Celsius. Ja. Der erste Antenne war 2022 vor dem 1. Dezember. Äh, nein. Stopp. Stopp. Ich kann nicht mehr aufhören. Das hört nicht auf. Diese Technik hier. Das hört nicht auf. Ich kann nichts machen. Geh euch. Bist du bereit, Benni? Bin bereit. Let's go. Der MSV hat mehr Mitglieder als der Klub aus Leipzig. Nein. Die Quersumme von 19 und 2 ist 12. Nein. Das Winter-Trainingsanlage bestreiten wir in Meidrich. Nein. Eine Stehplatz-Dauerkarte kostet mindestens 500 Taten. Ja. Ailton hört nicht zu den MSV-Legenden. Ja. Vincent Müller ist aktuell der beste MSV-Torjäger. Ja. MSV steht für Moritz Doppelkampverein. Ja. Die ersten drei Nachkommastellen von Pi sind 141. Nein. Die erste gute Karte der Bundesliga-Geschichte erhebt ein Spieler des MSV. Nein. Der MSV hat mehr als 8.000 Mitglieder. Nein. Stopp. Benni? Ich habe gewonnen, oder? Ja. Du hast auch unseren Ernst fürs Auto gewonnen. Ey, was? 1-4-1 war richtig gut. Also, Fernis, ich würde das auch gönnen. Ich stehe nicht auf den Sieg, ist kein Problem. Ja, ja. Alles gut. Dann wünschst du dir alles voll Erfolg. Wir sehen uns morgen. Bist du auf jeden Fall nicht der beste Torjäger. Ja. Ja. Aber der beste Torjäger. Danke dir. Danke schön. Winz nicht du, pass auf gut. Spielfall, das ist eine Verzerrung, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Egal, ich wünsch dir trotzdem. Mendy gönne ich. Weil er ist jetzt wieder neu da. Gewinnen muss er jetzt auch mal. Schießt nicht immer so schöne Tore wie ich. Das ist nicht schlimm. Hauptsache ich bin. Da ist eure Kamera. Da ist die Kamera. Schön reinwinken. Hey. Dankeschön. Haut rein. Danke Timi dir. Danke Timi. Tschüss. Ciao. Ich hoffe.